Hallo und willkommen! In dem heutigen Video werden wir versuchen Minecraft an seine Grenzen zu bringen. Bevor wir damit aber loslegen, möchte ich mich bei AMD bedanken, dass sie mir diese Grafikkarte zukommen lassen haben. Bei der Grafikkarte handelt es sich um die AMD Radeon RX 6950 XT. Später gehen wir darauf noch genauer ein, aber jetzt legen wir erstmal los und versuchen Minecraft zu verbessern. Als erstes schauen wir uns Minecraft ohne Mods an. Dabei aber erstmal der Hinweis, wir haben bereits den Fabric Loader hier in Verwendung. Wenn wir jetzt mal F3 anschauen, dann sehen wir auch bereits, wir toggeln da zwischen 250 und 300 FPS entlang, was schon extrem viel ist. Wir können außerdem auf der rechten Seite sehen, dass wir nun die neue Grafikkarte drin haben, was natürlich auch sehr wichtig ist. Von daher kann ich erstmal sagen, das Spiel so läuft schon mal extrem gut, denn der normale Nutzer hat etwa 60 Hz auf seinem Monitor und teilweise auch 144 Hz auf dem Monitor. Das heißt, da sind wir noch sehr gut drin. Als nächstes schauen wir uns natürlich Minecraft mit Mods an und dabei habe ich noch nicht alle Mods installiert, denn es kommen noch später sehr schwere Geschütze. Aber jetzt erstmal haben wir ein paar optimierende Mods reingepackt und eine Mod, die Shader hinzufügt. Das heißt, erstmal nutzen wir hier die Mod Entity Culling, denn die Mod sorgt dafür, dass wir eben nicht mehr alles berechnen, was hier da ist, sondern nur noch die Entities, die wir auch wirklich sehen können. Das heißt, alles, was unterirdisch ist, wird nicht mitberechnet. Außerdem haben wir mit Indium eine neue Render Engine und wir haben mit Sodium die Möglichkeit, überhaupt Shader zu nutzen. Dafür haben wir natürlich dann auch Iris verwendet. Das heißt, wenn wir jetzt erstmal den Shader noch nicht drin haben und F3 drücken, dann stellen wir fest, wir sind bei über 1000 FPS teilweise, was schon brutal viel ist. Deswegen würde ich sagen, probieren wir doch erstmal aus und machen jetzt einen Shader rein. Da ist auch schon der Shader installiert und man merkt es ganz klar an den FPS. Die sind einfach mal um das 10-fache runter gedroppt. Also auf jeden Fall, wir können sehen, wir sind nun in der Lage hier Minecraft weiterhin zu spielen und wir sind immer noch bei einer ganz guten Grenze, denn solange wir bei über 60 FPS sind, ist alles gut. Aber ihr merkt auf jeden Fall, das braucht sehr viel Performance. Dann würde ich sagen, schauen wir doch mal, was passiert, wenn wir zum Beispiel Bobby installieren. Wir haben nun Bobby installiert und das heißt, wir sind in der Lage, nun die Chunks zu erhöhen. Wir könnten in der Einstellung sogar bis zu 120 Blocks Random Distance einstellen, aber wir machen das jetzt mal mit den 32, die aktuell voreingestellt sind. Das heißt, wir drücken Apply und lassen das Ganze mal durchrennen und wir merken relativ schnell, dass wir nun eine gigantische Distanz haben, die noch nicht mal fertig geladen ist. Deswegen gebe ich dir noch einen kurzen Moment Zeit und dann gucken wir uns natürlich an, wie viel FPS wir haben. Wir haben mittlerweile genug Gebiet geladen und ich muss echt sagen, es sieht sehr, sehr ansprechend aus. Und wenn wir uns bewegen, ist das Ganze sogar noch relativ smooth. Aber jetzt gucken wir doch mal ganz kurz in die Einstellung rein. Und wir sehen, wir sind sogar unter den 60 FPS gelandet. Hierbei muss ich aber ganz kurz darauf hinweisen, dass normalerweise die meisten keine 32 Chunks Reichweite im normalen Spiel nutzen. Denn das ist eher ein kosmetisches Feature. Und wenn, dann macht man das Ganze eher ohne Shade und nicht die Bobby Mod. Aber ich wollte es auf jeden Fall mal testen, denn da gibt normalerweise jede Grafikkarte auf. Aber man muss sagen, bisher hält es sich sehr gut und selbst die 60 FPS können teilweise eingehalten werden. Als nächstes interessiert mich natürlich, wie sieht das Ganze aus, wenn wir mal Custom Biome nutzen. Denn aktuell ist das Ganze ja noch Vanilla. Da sind wir ja auch schon mit der Mod Oh The Biomes We Will Go, einer der besten Biome Mods, die wir in der 1.19.4 finden können. Und ich muss ehrlich sagen, das sieht schon gigantisch gut aus. Und ich habe gerade schon in die Einstellung reingespickt. Denn wenn wir da mal reingucken, ändert sich da gar nicht so viel. Wir sind immer noch bei einer sehr hohen FPS-Zahl. Das heißt, auch das besteht die Grafikkarte sehr gut. Das heißt, wir kommen gleich zum großen, großen Stresstest. Denn gleich ziehen wir uns noch die Physics Mod drauf. Und dann schauen wir mal wirklich, was passiert, wenn wir an die Grenzen von Minecraft gehen. Denn bisher haben wir schon sehr viel ausgereizt. Aber da geht noch mehr. Bevor wir damit aber loslegen, möchte ich euch noch eine coole Sache von AMD zeigen. Und zwar AMD Link. Mit AMD Link habt ihr die Möglichkeit, eure Geräte miteinander zu verbinden. So könnt ihr zum Beispiel mit eurem Handy auf euren Computer zugreifen. Natürlich wollen wir das Ganze jetzt auch mal gemeinsam testen. Das heißt, ich werde jetzt erstmal hier einen Link generieren. Dabei stelle ich ein, dass ich der Host bin. Und nun bekomme ich einen Code, den ich kurz einrichten muss. Bedeutet, jetzt muss ich nur noch die App aus dem App Store downloaden, installieren und den Code dort einfügen. Nun seht ihr auch schon, ich bin mit meinem Gerät verbunden. Und das können wir hier auch erkennen. Denn nun haben wir dieselben Einstellungen hier auf dem Handy zu sehen. Bedeutet, ich bin nun vom Handy aus in der Lage, die Einstellungen zu steuern. Und so können wir ins Spiel gehen und uns das Ganze hier genauso bedienen. Das heißt, wir können nun über unser Handy weiter am Computer spielen. Was schon sehr praktisch ist. Denn so könnt ihr einfach von einem anderen Raum aus oder sogar von einem anderen Kontinent aus. Egal von wo aus, könnt ihr eure Geräte steuern und darauf spielen. Natürlich auch ganz kurz der Hinweis, dass Minecraft dafür nicht optimiert wurde. Es gibt aber sehr viele andere Spiele, die dafür sehr gut geeignet sind, um hier drauf spielen zu können. Und natürlich hier nochmal der kleine Beweis, dass wir hier live Minecraft sehen können. Von daher würde ich sagen, war eine extrem coole Sache. Und ich bin auf jeden Fall gespannt auf eure Meinung. Aber jetzt kommen wir zum Abschluss. Denn wir schauen jetzt, wie gut die PhysX-Mod funktioniert. Wir haben nun die PhysX-Mod installiert. Und das heißt, wir können hier richtig austesten. Also erstmal, die PhysX-Mod wird wahrscheinlich jetzt noch keine Einbrüche haben. Aber ihr seht, wenn wir jetzt die Render Distance wieder auf die normalen 12 gestellt haben, dann haben wir immer noch sehr viel FPS. Also, dann hauen wir doch mal einfach auf diesen Baum drauf, um zu schauen, ob die PhysX-Mod überhaupt tut. Und wir stellen auch schon fest, ja, die Blöcke brechen auseinander. Und irgendwie tut es den FPS so gar nicht weh. Spannend, aber super. Jetzt können wir doch mal schauen, was passiert, wenn wir hier sehr viel Wasser hinsetzen. Denn auch dabei muss sehr viel berechnet werden. Und das sieht schon mal sehr, sehr witzig aus. Und ja, da merkt man auf jeden Fall ein bisschen mehr. Aber es läuft immer noch ziemlich gut. Natürlich interessiert mich am Schluss noch eine Sache. Und zwar, was passiert mit diesem Villager-Dorf, wenn wir hier richtig viel TNT zünden. Und deswegen platziere ich mal ein bisschen. Sieht auch schon viel besser aus. Dann legen wir doch mal los und schauen, was nun passiert. Zack. Wir gehen ein bisschen auf Distanz. Gucken mal hier rein. Und schauen auf die FPS dann. Natürlich bricht das Ganze ordentlich ein. Und uiuiui, was haben wir uns denn da gerade angetan? Aber ich muss sagen, läuft doch irgendwie besser als gedacht. Wow. Okay, wir haben das Ganze weggesprengt. Das Villager-Dorf ist leider nicht mehr so richtig ersichtlich. Und von daher würde ich sagen, Test erfolgreich gewesen. Der PC lebt noch, die Grafikkarte lebt noch. Und alles ging gut aus. Also abgesehen von den Villagern. Final können wir dahin sagen, die Grafikkarten heutzutage sind auf jeden Fall extrem stark geworden. Und Minecraft besitzt mittlerweile so viele grafische Optimierungen, die wir alle durch Mods ermöglichen können. Von daher eine geniale Sache. Und nochmals danke an AMD, dafür, dass mir diese Grafikkarte bereitgestellt wurde. Von daher hoffe ich, dass euch diese Folge sehr gefallen hat. Man muss sagen, heute haben wir auf jeden Fall sehr viele Grenzen ausgenutzt. Und sind da wirklich alles maximal rangegangen. Doch mir hat es sehr Spaß gemacht. Und ich hoffe euch auch. Und wenn ja, lasst gerne ein Like da und schreibt gerne in die Kommentare eure Meinung dazu. Und von daher würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann.